Musik 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 Und nebenbei läuft ja eben schon, wie auch schon vor einigen Folgen gesagt, das Let's Play Together mit Freunden, Ponk zum Beispiel, liebe Grüße, dann Herrn Kittenkurmler, auch liebe Grüße, dem lieben Kevin, liebe Grüße und dem Nico, auch herzliche Grüße an die Füße. Wollt ihr mal ein paar Grüße loswerden und an meine Mutti, die immer wieder fleißig meine Videos schaut. Hallo, mach dich lieb. So. Also in letzter Zeit habe ich eigentlich fast jeden Tag Kopffehler, so richtige Kopfschmerzen. Aber das ist jetzt jeden Tag so in den letzten Tagen. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, dass das das Wetter ist, Leute. Ich glaube, dass das das Wetter ist, weil es ja doch so feucht draußen ist. feucht, kalt oder sehr frisch, dann wird es wieder auf einmal am Tag sehr warm und dann auf einmal frischt es wieder extrem ab und also das ist schon Wahnsinn. Also ich schätze mal, dass die Kopfschmerzen von da kommen. Also von diesem Problem. So, es ist gleich wieder finster. Ja. So. Gut. Ähm. Ja. Also schützen kann ich das alles sehr gut. Nur es ist schon ein bisschen wirrwarr, weil es ja um jede um 188.000 Ecken geht. Dieses Dorf. Also wie schon einmal erwähnt, ich werde Palisaden dann zukünftig, also diese Erde, die ich da aufziehe, durch Palisaden ersetzen, der Reihe nach, also immer wieder so ein bisschen. Und ja, so soll es dann auch sein, das wird dann richtig cool, es wird richtig viel gemacht in diesem Dörfchen und ich bin schon wieder voll, weil ich nichts mehr, ich kann nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Leute. Ich bin schon wieder voll, ich will das nicht. Okay. Ähm. Ja. Erde brauche ich genügend, da kann ich ja natürlich diese Samen rausgeben, die ich eh immer wieder bekomme. Weizen habe ich genügend zu Hause. Ich weiß, aus Weizen kann man auch Brot machen, ja, oder Bier, nö, das wäre ja wirklich cool, wenn man in diesem Spiel auch Bier machen könnte, so Bier brauen könnte, äh, und das Leben hergeben würde, Leute, also so Coins, das wäre cool, das wäre so richtig cool. Ich weiß, Coins sind haupt, also dazu da, dass man, wenn man was esst, dass man was essen muss, weil es ja Coins sind, aber es wäre doch wirklich cool, wenn man auch Leben dazubekommen würde oder Coins dazubekommen würde, wenn man Bier trinkt, weil es wäre cool, wenn es Bier gibt. Leute. Leute. Also das wäre schon wirklich mega. so, zack, Erde habe ich einiges am Start und somit weiter schützen, Leute, schützen. Scheitern, 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 Weiterschützen, so, und es geht los. Sind alle Dorfis da drin, anscheinend, schaut so aus, der Eisengulem, der tanzt einmal herum. Der tanzt hier spazieren, der Eisengulem, so, ich muss da einmal schauen, dass ich das habe. So, dann haben wir mal das da und ich würde mal sagen, darüber, Dorfi, du bleibst aber eh drin, gell? Ah, Power, weil es ist wichtig, dass du da drin bleibst, so, dann hier zumachen, Ah, die werden noch so lästig werden, die Dorfbewohner, Leute. Irgendwer hat mir gerade geschrieben, es kann ja nicht sein, dass er so tropisch aussieht, oder? Nö, noch nicht, also es ist ja jetzt schon 12 Uhr. Also normalerweise hat der Tobi heute von der Schule aus um 14.30 Uhr. Also Aufnahmetag ist ja gerade der Mittwoch. Äh, Leute, ich mach das so, wisst ihr was? Ich mach das jetzt so. Mal wurscht, brauch ich halt noch mehr Erde, das interessiert mich jetzt nicht, weil... Äh. Ich muss nämlich, ähm, ich möchte nämlich da, äh, das bisschen größer machen, als nur ganz klein. Ah, Leute. Ich verbaue mich die ganze Zeit, Leute. Ja, es ist einfach horstig. Ja. Dann muss ich da weiter raufbauen. Ja, okay, mein Gott. Ja, aber schaut dann viel schöner aus, wenn's dann, äh... weiter raufgebaut ist. Wasch, wieder ein Steak Erde weg, ist das ein Wahnsinn. So, da muss ich da weiter aufbauen, weil da geht's weiter rauf, damit ich auf 2 bleibe. Und da auch wieder, Leute. So, soll ich da... Ach, Leute. Ja, da kann ich nämlich einiges bauen, Leute. Wenn ich das wirklich so weit verfolge, bis da rüber, also da kann ich wirklich einiges bauen. Wie schaut's aus? Oh, da sind wir schon in der zweiten Folge dieser Session. Schon wieder eine halbe Stunde insgesamt um. Wahnsinn. Ja, na, weil nach diesem, äh, Ding ist ja eh nämlich Schluss nach dieser, äh, nach dieser Stunde. Wenn wir schauen, da ist noch was anderes Let's Play. Aber wie, was ich eigentlich Let's Playen wollte ursprünglich, äh, war ja eigentlich Lost Ark. Aber da habe ich schon letztens erwähnt, dass es leider Gottes, äh, gerade eine Wartung gibt auf die Server, auf alle Server. Leute, wartet mal kurz. Kann da eh keiner... Okay, ich muss nämlich schauen, ob da eh nirgends... Wer rauf kann. Nö, da nicht, da nicht und da auch nicht. Jetzt super. Ähm, da... Wenn die da rauf gehen, zack, 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 können die da nicht rauf. Okay. Das ist wichtig, Leute. Das ist gut. Da ist eine Höhle. Oh mein Gott, Leute. Ähm... Sollte normalerweise, wenn da nur ein Cebibombi, äh, durchkommen, aber ich weiß nicht, Leute. Äh, diese Höhle möchte ich durchforsten einmal. Diese Höhle möchte ich mal durchforsten, Leute. Kann da auch keiner rüber. Nö. Vielleicht mache ich da noch einen Trocken hin zur Sicherheit. Ja, weil da habe ich nämlich, wenn ich das nämlich so mache, wie ich es gerade jetzt mache, Leute, dann, äh, kann ich wirklich frei, ja, das Ganze, äh, da kann ich dann, äh, mich frei bewegen da drin und kann viele Sachen da bauen. Das ist cool. Wer war da eigentlich? Mal hier wegräumen das. So. Ähm... Schauen wir mal, ob man da eh nicht nirgends rauf kann. Muss man immer aufpassen, Leute. Man kann da so viel übersehen, Leute. Ja, genau. Keine Erde mehr. Ja, kein Problem. Da bekommen wir genug Erde da oben. Schau, alles wieder weg. Das coole ist, dass ich Bücher habe, Leute. Jawohl. Wieder zu verzaubern was. Das ist ja richtig cool, Leute. Genau. Jetzt fliege ich da runter. Hoasti! Äh, wo bin ich denn da ist? Hier, Leute. Äh, wo bin ich denn da ist? Hier, Leute. Äh, Wahnsinn. Geh weg, du Sau. Mir ist so heiß momentan. Wahnsinn. Ah, unglaublich. So, wird schon wieder finster. Aber ich sehe das, ihr Lieben. Ja, es dauert nicht mehr so lange. Das ist alles einmal so weit geschützt. Da muss ich alles nur noch ausleuchten. Das ist ja auch cool. Ja, es dauert ja einige Folgen jetzt mittlerweile schon, das zu schützen. Aber es muss einfach sein. Die Arbeit muss getan werden, Leute. Denn ich will ja auch, dass die Dorfbewohner überleben. Und immer irgendwie schauen, dass ich, ähm, alles ordentlich ausgeleuchtet habe. Sonst ist es vorbei mit den Bewohnern. Ich hoffe, dass alle drin sind, Leute. Wenn nicht, muss ich die auf jeden Fall reinlotsen. Schon wieder keine... Oh ja, ich habe ja noch eine Schaffel. Passt. Warum habe ich Eier auf der Hand? Wahnsinn. Unglaublich. Was? Was? Okay. So. Ähm. Schaufel. Ja, passt. Ja, weil da kann ich die Erde eh nicht gebrauchen, Leute. Interessiert mich auch nicht. Das ist dann eh außerhalb des Dorfes. Ja, schaut doch auf meine Andernets Plays vorbei. Da gibt es so viele auf meinem Horstegaming-Kanal. Ja, was habe ich da? Könnt ihr selber durchschauen, Leute. Ähm. Zum Beispiel V-Rising habe ich. Ähm. Gossip Teil 1 habe ich am Start. Elden Ring ist da. Dann Far Cry 3 habe ich. Mortal Shell habe ich. Mafia Teil 1 habe ich. Also. Sehr, sehr viele Let's Plays. Let's Play Together mit dem lieben Honk, Kittenkummler, Kevin und Nico. Ist auch am Start. Also. Es gibt so viel zum Schauen bei mir auf meinem Kanal. Äh. Eben für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, warum so viele Videos. Ist einfach der Grund, weil ich für viele Leute, ähm, äh, äh, was bieten will. Weil der eine schaut sich, also es gibt nicht, äh, es schaut sich nicht jeder, ja. Alle Videos an, alle Let's Plays an, die auf dem Kanal laufen. Weil es ist einfach so. Weil da gibt es dann ein, zwei, vielleicht drei Spiele oder mehrere, die denjenigen dann nicht gefallen. Dafür gefällt ihnen ein Spiel besonders gut oder zwei. Äh. Deshalb, Leute. Deshalb, ich möchte wirklich für viele Leute was bieten. Der Aufruf geht, der auf, die Aufrufe steigen aber trotzdem jetzt nicht wirklich deshalb so groß, ne. Aber es ist zumindest was vorhanden, wo mehrere Leute oder wo ich viele Leute als ansprechen kann. Äh. Vielleicht gibt es auch eine von euch, die gar kein Let's Play von mir gefällt. Das gibt es natürlich auch. Dann bitte ich dich aber, äh, äh, ja, meine Videos dann, also, dann bitte ich dich auch, meinen Kanal zu deabonnieren. Es ist einfach so, man bittet natürlich nie darin, äh, zu deabonnieren, ja. Aber ich sag's allgemein dazu. Weil, dann sind tote Abonnenten da, die schauen sich kein einziges Video an, wenn es ihnen nicht gefällt. Aber abonniert haben sie. Es sind tote Abonnenten und die will ich nicht. Ich will keine toten Abonnenten haben. Nö, es gibt leider schon genug davon. Ich will das nicht haben. Ich will das loswerden, Leute. Die toten Abonnenten, also das sind mir ja die allerliebsten, Leute. Und die allerliebsten sind mir ja immer die, die abonnieren und hoffen, dass du sie zurückabonnierst. Und wenn sie sehen, ich abonniere nicht zurück, wenn mir der Content oder so nicht gefällt, dann deabonnieren sie dich wieder. Leute, das ist der größte Mist, wenn du zum Beispiel dazugehörst, dann hör auf damit. Es hat keinen Sinn. Ich komme wirklich nur dann, wenn mir der Content gefällt. Nö, so ist es, ja. Weil das wäre dann natürlich Abo gegen Abo. Ist das ein Chicken gespawnt? Nö, ich will diese Blumen da jetzt nicht. Ich will das auch nicht. Wahnsinn. So, ihr Lieben. Erde haben wir jetzt wieder einiges. Wo habe ich aufgehört? Hier. Hier drüben. So, 38 Minuten sind auf der, ich wollte jetzt nicht mehr sagen, Camp. Auf dem OBS-Programm drüben. Ja, also das ist die Aufnahmezeit momentan. Ja. Ich muss hier weiter machen, Leute. Und zwar alles da schützen, versuchen zu schützen. Habe ich mir ein Bettchen eh aufgenommen. Ja. Ja, habe ich gepasst. Äh, jo. Ja, also das Problem momentan, ich will ja unbedingt nach diesem Let's Play nachher dann schon, also nach dieser Session hier weitere Sachen aufnehmen, aber ich kann es nicht. Ich meine, ich kann schon, aber ich kann momentan halt, das habe ich ja auch letztens schon erwähnt, kann ich momentan nicht gewisse Sachen nicht Let's Playen, mit denen ich bei den Spielen, wo ich immer mit Controller spiele, weil mein Controller ist kaputt gegangen. Nein, Leute! Das geht überhaupt nicht. Also es ist wirklich zum Verzweifeln, es ist zum Mühekälten, Leute. Äh, Kühe melken. Äh, oder wie ich immer sage, es ist zum Haare melken, Leute. So, ähm, was haben wir da zum Beispiel? Da ist eine Höhle unten, das ist ganz gefährlich. Somit werde ich diese Höhle da mal umgehen, damit sie draußen bleibt, Leute. Damit da kein einziges Viech rein kann. Ja, ich brauche mal hier. Nö, war zu viel, Leute. So, ich glaube, da auch noch ein bisschen was machen. Sehr gut. So, und da drüben anschließen. Gut. Ja, du denkst dir wahrscheinlich, wie macht ihr das? Ja, Leute, es ist ja alles nur mal professorisch, Leute. Weil, ähm, es wird so sein, dass ich, ähm, das eh eben alles mit Palisaden zudecke. So, diese Höhle muss unbedingt geräumt werden, Leute. Ähm, ausgewichen werden, sagen wir mal so. Äh, jo. Alle Höhen, ich muss schauen, dass alle Höhenzugänge zu sind da drinnen im Dorf. Da schauen wir, wie das alles zerpflückt ist. Das ist, es ist ein Wahnsinn, Leute. Ja. So. Mal schauen, wie spät es ist. 12.14 Uhr. Ich müsste eigentlich eh gar nicht auf die Uhr schauen, weil meine Frau ist heute zu Hause. Und, äh, weil ich erwarte nämlich jemanden. Und zwar erwarte ich, äh, meinen Controller, die Lieferung. Die soll ja heute ankommen, also an dem Aufnahmetag halt. Jo. Und dass ich dann endlich weitermachen kann mit, äh, gewissen Spielen, die ich jetzt playen möchte. Vielleicht heute noch, wenn die heute noch ankommt. Der Controller soll angeblich ankommen heute noch, äh, äh, den neuen Controller, den ich mal bestellt habe. Aber, ähm, ja, da habe ich einiges zum Let's Plane zum Beispiel drüben auf meinem Bulli Gaming Kanal. Äh, Biomutant, da brauche ich auch wieder Folgen langsam. Äh. So, zack, 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 zack. Genau. Ja, fertig, Leute. Super. Dann habe ich fertig geschützt, Leute. Das geht gar nicht, weil da kann ich mich immer drauf. So, wie schaut's aus? Da eh alles ganz gut. Auf dem Baum kann jemand spawnen. Das heißt, ich sollte auf dem Baum ausleuchten, Leute, ja. So ist das. Ja, so wem ich das Dorf widme. Ja, Leute, keine Ahnung, wer sich meldet. Der bekommt das Dorf an. Natürlich nur dann, ihr Lieben. Wenn ein Namensvorschlag aufkommt, wie ich das Dorf dann nennen soll von dir. Super, das geht sich mit diesem Stack noch raus, Leute. Sehr gut. Aha. So, sollte normalerweise so sein, dass da niemand mehr rauf kann. Oh, Leute. Gut, dann werde ich auf jeden Fall hier auf dem Baum einmal ausleuchten. Ja, schauen wir mal, dass wir da Fackeln hin tun. Die kann ich natürlich nicht auf dem Baum. Deshalb. Zack. Hier mal. Aha. Und hier. Ist das toll. Ich weiß, das schaut komisch aus. Aber das interessiert mich ja jetzt momentan gar nicht. Zack. Super. Gut, es wird schon wieder dunkel. Leute, fertig. Na bitte. Also das Dorf ist einmal geschützt. Ich hoffe, es sind alle Doofis da drinnen. Jetzt beginnt das große Ausleuchten, Leute. Und zwar brauche ich jetzt einmal Fuggies. Äh, Fack hat er gesagt. Fackeln. Ja, so ist es. Und Kohle, da passt. Es wird schon wieder finster, Leute. Ja, die gehen alle schon wieder schlafen. Ich habe eh mein Bettchen mit. Ja. 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 Ja.